Der DAX, er wackelt nach oben und ist damit besser sogar, als ich das fast vermutet hatte in Anbetracht der Situation, die wir hier haben, denn das sieht hier vorne schon sehr wackelig aus. Den ersten Teil, den fanden wir eigentlich klasse, der DAX Future von dem Tief, dem Märztief, also hier war das Märztief, hier ebenfalls nochmal ungefähr gleiche Höhe, knapp hatte er es unterschritten. Das ist aber offensichtlich eine Unterstützung, die eben jetzt geprüft wird, ob das tatsächlich hält. Der Teil sah gut aus, ABC sah super aus, hier vorne muss ich gestehen, das hat mir noch nicht so richtig zugesagt. Gut, er hat für Short nichts getriggert, gar nichts, null. Insofern war man hier nicht zwingend auf der Short-Seite mit dabei und das, was wir hier sehen, ist zwar, man sieht ja schon, ein bisschen wankelmütig mit diesen vielen Rücksetzern. Das ist also noch nicht so richtig die Überzeugungskraft all derjenigen, die sagen, boah, was bin ich davon überzeugt, dass der Kurs nach oben geht. Das sieht schon noch sehr wankelmütig aus, was wir hier sehen, aber es ist eine Entfernung der Tiefmarken oder von den Tiefmarken, von der Unterstützung und das ist ein ganz gutes Zeichen. Was kann man jetzt daraus machen? Kann man da noch irgendwo einsteigen? Also ich muss sagen, ich hätte es am liebsten jetzt, dass er vielleicht irgendwann nochmal sowas macht, irgendwie so eine Korrektur, vielleicht etwas größeres Kaliber als jetzt diese kleinen, aber streng genommen ist diese Regelmäßigkeit natürlich auch auf den kleinen Ebenen gegeben. Habt ihr hier irgendwie was A, B, C, irgendwas Dreiwelliges? Manchmal sieht man das nicht so richtig hier, konnte ich es nicht erkennen, da nicht, da konnte man es ganz gut erkennen hier. Da war es wohl auch zu erkennen, da müsste man genauer hingucken, das weiß man nicht so ganz genau. Also ein bisschen deutlicher wäre schon gut, damit wir nochmal wirklich eine Unterscheidung haben. Beim Alternativ könnte es auch so sein, Hauptsache ist, dass das, was dann abwärts ist, das, was ich hier jetzt vorgeschlagen habe, ist ja abwärts, das sollte eben noch schwächer sein als dieser Anstieg. Naja, ich bin ein ewiger Nörgler, das liegt nicht daran, dass die Entfernung mir nicht gefällt, nur die Art und Weise. Der Ton macht die Musik und da muss ich sagen, das ist noch ein bisschen dezent, aber zumindest aktuell mal die Aufwärtsrichtung und da gibt es nicht so arg viel zu maulen. Nur wenn wir jetzt hier reihenweise an diese Zwischentiefs durchstoßen und, ganz wichtig, das auf eine schnelle Bewegungsart, also so ähnlich wie wir das hier hatten, das wäre kein gutes Zeichen. Ich habe es ja angedeutet, wenn das wackelig ist, ist es in Ordnung, aber, also wenn es sehr korrektiv aussieht, eben noch viel langsamer als das, also ich würde es fast eher noch breiter in die Richtung malen. Also seht ihr jetzt hier so, wenn ihr so den Winkel anguckt, dann ist das steiler, also die Abwärtsbewegung, das sind alles so Indizien, die dafür sprechen, dass es noch weiter nach oben geht. Sicherlich sind auch die Amerikaner die Fürsprecher für weiter nach oben, da hat sich eigentlich seit gestern nicht so arg viel getan. Wir hatten ja gestern die Marken hier schon ausgemacht, das sind die Zwischentiefs von Ende Juni oder eigentlich aus dem Juli, das ist jetzt hier der Dow Jones. Verortet haben wir sie in etwa bei 30.400, solange wir oberhalb bleiben, ist es eher ein ganz gutes Zeichen und je dynamischer, je steiler es ist, desto besser ist es alle, weil, also ihr seht, der Anstieg, den wir hier hatten, der sah ja ganz gut aus. Auch hier eben Korrektur, vielleicht noch mit dieser Verlängerung Korrektur hier, etwas seitwärts gerichtetere, aber ihr seht insgesamt nach wie vor eigentlich die Aufwärtsrichtung. Also das hat sich seit gestern nicht verändert, dass die Aufwärtsrichtung Trumpf ist, solange wir nicht hier durch sind, das ist diese Marke, die ich gerade genannt habe, die 400er Marke in etwa oder gegebenenfalls ein bisschen höher, die 78er Marke, die ändert sich aber permanent. Das macht noch nicht so viel Sinn, da nachzurechnen. Also solange der Kurs oberhalb dieser Bewegung bleibt oder oberhalb dieser Marke bleibt, ist das übergeordnete Bild vorläufig erstmal positiv zu sehen. Ich sehe es allerdings nicht ganz sorgenfrei, denn insbesondere beim Nasdaq, wenn ich mir das angucke, hatten wir ja nach wie vor eigentlich so diese starke Abwärtsbewegung hier. Jetzt hier so eine mögliche Seitwärtskorrektur mit einer langen C-Welle, aber dadurch, dass wir hier relativ hoch, ich mache das mal im großen Bild, ich mache das nochmal zurück, das ist das hoch gewesen, damit ihr euch selber orientieren könnt, 27. Juni, die Tiefs Ende Juni, beziehungsweise dann hier im Juli, Anfang Juli dann hier im 4-Stunden-Chart. Also wenn ich das mal runter messe, diese erste Bewegung hier runter, dann sehen wir, wir sind jetzt an der 78er Marke und das ist keine magische Marke in dem Sinne, dass man sagen kann, boah, da passiert jetzt was weiß ich was, Feuerwerk und Kuchen, sowas in der Richtung, das nicht. Es ist aber etwas, was man statistisch so in etwa, ihr kennt das, dass ich häufig so Verteilungskurven irgendwie male, das muss nicht exakt so aussehen, aber alles, was oberhalb der 68er ist, lässt dieses Bild, Entschuldigung, 78er Marke ist hier, lässt dieses Bild, also dass wir das nochmal fortsetzen, immer und zwar deutlich weniger wahrscheinlich werden. Also weniger wahrscheinlich ist es schon, wenn wir durch diese typische Korrekturzone gehen, 38, 20, 50. Bis dahin wäre noch alles denkbar gewesen, also so in der Richtung, dass der Kurs sagt, das ist die Korrektur und jetzt gehen wir quasi diesen Weg, den wir hier vorne gegangen sind, da hinten nochmal. Das wäre hier typisch. Klassischer Trigger dafür ist diese Tiefmarke, man kann gucken, ob man irgendwie aggressiver reinkommt, wenn es zum Beispiel einen Schub runter gibt oder sowas in der Richtung. Jetzt sehen wir aber, der Kurs ist weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Je weiter er hoch geht, je höher er über diese Zone geht, desto weniger wahrscheinlich, nicht desto unmöglicher. Das ist noch nicht unmöglich, dass das passiert. Um Himmels Willen, was bin ich für jemand, wenn ich behaupten würde, das kann nicht passieren. Nein, aber es wird halt nicht mehr so typisch, also nicht mehr das Präferierte, das typische Szenario dafür. Und jetzt sind wir mindestens mal an der 78, 6er Marke hier angekommen und da fängt das dann an, von der Statistik her sehr wenig ausgeprägt zu sein für die Abwehrsseite. Also, auch der Nasdaq, das war unser Sorgenkind. Der S&P und der Dow Jones, gehen wir nochmal auf den S&P, die sehen ja ebenfalls gar nicht so schlecht aus. Die Abwärtsbewegung so halbwegs dreiwellig hier. Auch hier der Anstieg hier ganz hübsch. Also, da waren wir ja gar nicht so schlecht drauf. Und der Nasdaq sieht vielleicht komisch aus, aber qua Ausmaß, also angesichts der großen Gegenbewegung, werden die Short-Szenarien untypischer. Ich weiß, viele wünschen sich, nee, nee, ich will nicht wissen, ob das untypisch ist. Passiert das jetzt oder passiert das nicht? Das wissen wir alle nicht. Das sagen natürlich auch nicht die Charts. Aber es ist ja immer sinnvoll, wenn man so ein bisschen im Hinterkopf hat, was ist denn eher zu erwarten, was ist weniger zu erwarten? Ich würde mich sofort trotzdem auf die Short-Seite zumindest mal temporär stellen, wenn wir, ich mache das mal groß, hier ist der S&P Future, wenn wir eine scharfe Abwärtsbewegung kommen und etwas Wackeliges hoch. Also so ungefähr das Gegenstück zu scharf aufwärts und wackelig runter. Dann ist die Fortsetzung nach oben, wenn auch nicht die schönste, die wo gibt. Um es mal sehr schön grammatikalisch auszudrücken. Aber immerhin wäre das ein klassisches Bild. Wenn wir das bekämen und wackelig nach oben, wäre das eigentlich eine gute Voraussetzung für dann Short. Ob das jetzt in den nächsten Minuten passiert oder erst in einer Stunde oder in zwei Stunden, das weiß ich auch nicht. Aber wenn das passiert, dann müsstet ihr damit rechnen, dass das, was wir vorne haben, nach dieser Korrektur sich eben nochmal fortsetzt und dann hängt es davon ab, diese Zielerwartung, wo dieser Punkt liegt, das hängt hiervon ab, von der Länge der ersten, hängt ab, wo der Hochpunkt der Korrektur ist, weil das ist ja der Startpunkt, wo wir quasi diese Länge nach unten nochmal dran legen. Und dann könnt ihr ungefähr sehen, wo das Ziel, so wie ich es jetzt gezeichnet habe, ist nur eine Annahme, nur mal ein Fallbeispiel, wenn das hier liegt, dann könnt ihr euch über die Name das durchstoßen, dann sind wir auch da dran. Also schon interessante Unterstützungsmarken, ob der Kurs dann hier das macht oder hier weiterfällt. Und jetzt stellt euch vor, das ganze Szenario passiert schon ein bisschen früher. Ich räume mal kurz auf hier. Und der Kurs geht ebenfalls genauso runter, dann liegt dieser Punkt tiefer und damit liegt dieser Punkt, was für ein Gegurke hier mit der Zeichnerei, aber damit liegt dieser Punkt dann unter diesem hier schon mal, das ist kein Mega-Trigger, aber jedes Zwischentief ist erstmal ein Zeichen, dass die Marktteilnehmer Unterstützung nicht wahrnehmen. Die nächste deutlichere, die letzte mehr oder weniger ist dann hier, die möchte ich eigentlich aus bullischer Sicht vorläufig nicht unterschritten sehen. Denn sonst sind wir ganz schnell in einem typischen dreiwelligen Bewegungsmuster und wenn nach drei Wellen der Kurs da unten durchgeht, dann ist doch eigentlich sogar übergeordnet das nochmal wieder auf dem Plan. Also ihr seht, wie fragil das Ganze noch ist. Es ist noch überhaupt nicht abgezeichnet, sich noch nicht ab, aber beim S&P, die 3.810er Marke ungefähr. Vorsichtig, das ist der Future hier, der September-Kontrakt. Ihr könnt selber das verorten bei euch, 6. Juli morgens um 8 und ungefähr um 16.45 Uhr, also gestern Nachmittag dann, diese Zwischentiefs hier, das wären schon Trigger. Das sind so Früh-Trigger, die würde ich für den Handel eher nicht so benutzen. Da würde ich dann eher gucken nach diesen Geschichten, ob ich die nicht eher handele. Aber trotz alledem, die Abwärtsseite wäre dann sozusagen das, was ich dann präferieren würde. So, jetzt habe ich viel über Abwärts gesprochen. Im Moment zeichnet sich das aber nicht ab. Und solange wir irgendwas Wackeliges, Gegenbewegungsmäßiges hier bekommen, auf dem Weg nach oben, dann ist wohl eher die Fortsetzung nochmal gegeben, dass wir, naja, diese Bewegung hier nochmal ein bisschen weiter nach oben spielen. Ist ja sowieso nicht so abwegig. Also ich sage mal 3.920. Vielleicht sehen wir auch nochmal die Hochs vom 28. oder 27. und 28. hier so in der Richtung. Und das wären schon eigentlich recht bullische Zeichen. Denn auch hier gilt natürlich, dass wenn ich Fibonacci vom höchsten Punkt rechne zum tiefsten Punkt der Bewegung, dass wir dann noch nicht, oh Gott, jetzt muss ich es tief auch finden, ich habe es nicht ganz getroffen, aber so ungefähr, dass wir dann ungefähr die 78er Marke, die liegt ungefähr bei 3.900 knapp drüber, dass wir die dann auch durchschritten haben. Und wie gesagt, das wird dann immer weniger wahrscheinlich. Also Hoffnung ist da, dass die Indizes vorläufig noch im Bullenmodus sind, dass wir das auch noch ein bisschen fortsetzen. Es gibt zumindest aktuell nur Chancen für die Abwärtsseite, aber null Anzeichen für die Abwärtsseite. Ich habe euch gezeigt, wie das ungefähr aussehen muss, wenn sich das dreht, wenn sich das Bild massiv verändert. So lange finde ich die Lungenseite besser und allemal besser, wenn die Abwärtsseiten schwach sind. In diesem Sinne, euch alles Gute bei euren Entscheidungen natürlich, das goldene Händchen möglichst häufig richtig zu legen. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.